Der Prolog von Orit vom 3. November Gedenken Der heilige Hormäatira, Akepsimas, Bischof von Nason und andere mit ihm. Der 80-jährige Akepsimas, erfüllt von jeder christlichen Tugend, saß eines Tages mit Gästen in seinem Haus. Als ein Kind, bewegt vom Geist Gottes, zu dem betagten Bischof lief, ihn auf den Kopf küsste und sagte, Gesegnet sei dieses Haupt, denn es wird das Materium um Christi willen erleiden. Diese Prophezeiung erfüllte sich bald darauf. König Sapor, Sapor III., von 309 bis 379, begann eine grausame Christenverfolgung in ganz Persien. Und der heilige Akepsimas wurde ergriffen und vor einen Fürsten gebracht, der zugleich ein heidnischer Priester war. Als man den Bischof verhaftete und fesselte, trat einer aus seinem Hauswissen herbei und fragte, was mit seinem Haus geschehen sollte. Der Heilige antwortete, Es ist nicht länger mein Haus, ich gehe in ein höheres Zuhause und werde nicht zurückkehren. Nach langen Verhören wurde er ins Gefängnis geworfen. Am folgenden Tag brachte man einen 70-jährigen Priester namens Josef und einen Diakon namens Aitalas hinzu. Nach drei Jahren Gefangenschaft und vielen Leiden wurde er ab Akepsimas enthauptet und Josef und Aitalas wurden bis zum Gürtel in der Erde vergraben und gesteinigt von Menschen, die gegenüber Christen keine Gnade kannten. Durch Gottes Vorsögen verschwand Josef Leib bei Nacht und über Aitalas Leichnam wuchs ein Baum, durch den alle Arten von Krankheiten und Schmerzen geheilt wurden. Fünf Jahre vergingen, dann fällten die boshaften Heiden diesen Baum. Die Soldaten Christi litten in Persien im vierten Jahrhundert zur Zeit des heidnischen Königs Sapor. Der heilige Großmärtyrer Georg An diesem Tag begehen wir die Überführung seiner Reliquien von Nicomedia nach Lida in Palästina, wo er zur Zeit des Kaisers Diokletian das Materium erlitt. Die Leiden dieses wundervolligen Heiligen sind am 23. April beschrieben. Vor seinem Tod bat der heilige Georg, seinen Diener sein Leib zu nehmen und nach Palästina zu bringen. Dorthin, wo seine Mutter geboren worden war und wo er seinen großen Landbesitz an die Armen verteilt hatte. Sein Diener tat so. In der Regierungszeit Kaiser Konstantins von 305 bis 337 wurde eine schöne Kirche von frommen Christen in Lila gebaut. Und als die Kirche geweiht wurde, überführte man die Gebeine des Heiligen dorthin und setzte sie dort bei. Zahllose Wunder sind durch die Reliquien des Heiligen Georg, des Großmärtyrers Christi, geschehen. Der gottgeweihte Elias der Ägypter widmete sich der Eskese in der Nähe von Antinoe, der Hauptstadt der Tebais. Er verbrauchte 70 Jahre im trockenen und unzugänglichen Fels in der Wüste. Er aß nur Brot und Datteln und als junger Mann fastete er ganze Wochen ohne Unterbrechung. Er heilte alle Arten von Schmerzen und Gebrechen. Er wurde im hohen Alter sehr zittrig und entschlief in die Freude seines Herrn im Alter von 110 Jahren. Bewahre deinen Geist vor boshaften Gedanken gegenüber deinem Nächsten. Wisse, dass solche Gedanken durch teuflische Einwirkungen auf dich geschleudert werden, um deinen Geist von deinen eigenen Sünden und von der Suche Gottes abzulenken, sagte er. Lobeshymne Der heilige Großmärtyrer Georg O Georg, Märtyrer O Georg, Siegesträger Durch Leiden hast du gesiegt und durch den Tod bist du verherrlicht worden. Alle Dinge hast du minderwertig erachtet gegen die Wahrheit, O Georg. Du gabest irdische Macht und Ehre auf und standest neben dem lebendigen Christus. O Georg, Märtyrer O Georg, Siegesträger Durch Stoßen und Gebrochen von schrecklichen Foltern wurdest du von Gottes Hand getragen. All deine Schmerzen waren nichts. Durch die Kraft von Gottes mächtiger Hand Wir alle verbeugen uns vor dir und verherrlichen deinen Namen. O Märtyrer Georg O Siegesträger Georg Hab erbarmen mit uns auch jetzt. Durch deine Gebete schütze uns vor dem Thron Christi unseres allmächtigen Erlösers und bitte, dass wir Foltern nicht fürchten mögen und durch Geduld siegen. Betrachtung Unter den vielen anderen Wundern des heiligen Georg wurde das Folgende aufgezeichnet. Auf der Insel Mithilene gab es eine Kirche, die dem heiligen Georg dem großen und siegreichen Märtyrer gewidmet war. Die Einwohner der ganzen Insel versammelten sich in dieser Kirche an den jährlichen Festtagen des Heiligen. Einmal fuhren kretische Sarazenen davon, fielen auf der Insel ein, verwüsteten sie und versklaften ihre Bewohner. Dann kehrten sie nach Kreta zurück. Bei diesem Geschehen wurde ein sterblicher junger Mann gefangen genommen und von den Piraten ihrem Anführer auf Kreta vorgeführt. Der Anführer nahm ihn und machte ihn zu seinem Diener. Die Eltern des Jungen waren in großer Sorge um ihren Sohn und als ein Jahr vergangen war und der Tag des Heiligen Georg wiederkehrte, bereiteten die Eltern voller Kummer dem Altenbruch folgend das Mahl und bewirteten viele Gäste. Die arme Mutter ging von der Erinnerung an ihren Sohn erfüllt zur Ikone des Heiligen, fiel vor ihn nieder auf den Boden und begann den Heiligen Georg anzuflehen, er möge doch ihren Sohn aus der Sklaverei befreien. Die Mutter kehrte daraufhin zu ihren Gästen an den Tisch zurück. Die Gäste hoben ihre Gläser und tranken auf den Heiligen Georg und im selben Augenblick erschien unter ihnen ihre Sohn. Er hielt eine Karaffe in der Hand, als sie ihn alle in Furcht und Verwunderung fragten, woher und wie er herbeigekommen war, antwortete der Jüngling, dass gerade als er sich anschickte, seinem Eigner auf Greta Bein einzuschenken, ein Ritter auf dem Rücken eines Pferdes vor ihm erschien, ihn auf das Pferd hob und ihn blitzschnell ins Haus seiner Eltern brachte. Alle waren erstaunt und verherrlichten Gott und seinen wundervollen Heiligen Georg, den siegreichen Herrführer. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Paulus und Silas auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit wurden. Apostelgeschichte 16 Wie diese heiligen Apostel in das innerste Gefängnis geworfen und ihre Füße in den Block eingeschlossen wurden. Wie sie um Mitternacht beteten und Gott priesen. Wie ein Erdbeben geschah, ihre Fesseln von ihnen abfielen und die Türen des Gefängnisses geöffnet wurden. Homilie über Christos das Haupt aller Heiligen. Dass alles zusammengefasst würde, was im Himmel und auf Erden ist. Epheser 1 Vers 10 Sünde verursacht Panik. Sünde macht kopflos. Ein Mensch, der in Sünden und Lasten versunken ist, ist wie ein geköpftes Küken, das sich in Todeszuckungen verkrampft und hierhin und dorthin torkelt. Die ganze heidensche Welt vor dem Herrn Christos zeigt sich als verwirrte Masse, die in Zuckungen stirbt. Christus verbannt den abgetrennten Kopf mit dem Stamm und brachte den Leib des Menschengeschlechts zum Leben zurück. Er ist das Haupt der menschlichen Herrscheren und er hat niemals aufgehört es zu sein. Als das schöpferische Wort Gottes war er von Beginn an das Haupt der ganzen sichtbaren geschaffenen Welt und besonders des Menschengeschlechts. Doch durch die Sünde wurde wie mit einem Schwert das sündige Haupt Adams von seinem Leib abgetrennt. Der Herr versöhnte durch seine Fleischwerdung Himmel und Erde, er zog den Himmel auf die Erde herab und er hob die Erde in den Himmel und unterstellte alle Dinge seinem Geist unter sein Haupt. Durch Christus sind wir mit der Heiligen Dreiheit und mit den Engeln Gottes versöhnt, miteinander und mit der natürlichen Welt, die uns umgibt. Das verlorene Haupt wurde gefunden und alles wurde ihm in Harmonie unterstellt. Wir haben den Geist griechisch Christi sagt der 16 Was der Kopf für den natürlichen Menschen ist, ist für den geistlichen inneren Menschen der Nus. Wenn wir zu Christus gehören, dann müssen wir durch ihn in allen Dingen denken und urteilen und durch ihn allein. Wenn wir durch ihn denken und urteilen, sollten wir uns als Organe des eigenen Leihs verstehen, vereint mit anderen Menschen und mit den Engeln, deren Haupt Christos ist. Dann wird unsere Liebe zu Gott als Flamme auflodern und unsere Hoffnung wird der Held. Ein schlafender Leib fühlt keine Verbindung mit seinem Haupt. Lasst uns erwachen, Brüder, lasst uns rechtzeitig erwachen. O Herr Jesus Christos, unser allweises Haupt, vereinige uns mit dir. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.